so muss ich viel finden eigentlich recht praktisch muss ich sagen ich muss nur noch so einen verdammten reifen finden das dumme ist nebenan ist eine tankstelle weißt du ich kann es auch nicht mal hin schieben ich hab ein reifen gefunden das einzige problem ist dieser bin ich bei dir nicht in der nähe ich frage mich aber auch ob du von dieser island überhaupt runterkommt ohne auto jetzt mit auto weißt du hat es mal ich denke also auf dem in game mit geht es wort er doch könnte eine kleine passage geben eine kleine passage hier sein auf der auf der ganz normalen panthera map ist diese insel anschein gar nicht klasse wetten die insel geht gleich aus irgendeinem grund in die luft hoch ich könnte es mir irgendwie bei meinem glück vorstellen ich entschuldige mich noch mal zusätzlich dass es bei mir lenkt ich weiß nicht warum wenn ich nicht auf dem entdeckt ist nicht da ist noch ein auto das auto kann hier fahren aber fehlt ein reifen das gefühl reifen ist echt die teuerste werbung in der sie überhaupt aber ich habe einen reifen ja gefunden das ding ist aber eben nur ob ich den ohne toolbox ran machen kann meiste der profi halt aus natürlich auch drei autos im glück hier hinten ist noch ein polizei wagen ich habe noch ein kompass gefunden hier ist irgendwas drinne habe ich sechs plätze überhaupt frei naja mal schauen gucken wir jetzt einfach mal ob das so geht Junge du kannst hier nicht rein reden Alter du bist nämlich verarschen zombie ich habe dreimal auf dich drauf gehauen und es ging dich nicht zu tun manchmal frage ich mich wirklich ich höre schüsse fang fang fertig ich will meinen super tipps ey kannst du auch nur überleben oder die sind ganz in meiner nähe muss hier weg das ist ein turn-over-weigh-eagle ich denke mal dann drehst du das auto irgendwie um oder ich versuch's einfach mal ach lol du backst es raus wie man backt es raus ja man denkt man man kann das rausbacken eben halt wenn das irgendwie im booten steckt weißt du kannst du es normal hinstellen das auto kann ich schon mal nicht reparieren dann brauchst du dafür echte toolbox ja das ist das zu mir ich hab den reifen Alter würdest mich verarschen scheiß zombie wir haben jetzt ein eigenes auto pff denn eben nicht mann ich hab gedacht wir sind freunde ey pfff einen heatpack haben wir ja mal gebrauchen ey brauch ich eigentlich auch gar nicht den reifen mitzunehmen oder ach ich nehme den einfach mit schaden kannst du ja nicht hm der nächste spieler der mich töte der braucht sicherlich ja trinkt man ja schon mal was ach ich hab schon Panik das braucht hier gar nicht mitzunehmen ja Zombies können ja echt nerven was sagst du es ja wie schnellst du denn das an den echten Leben vielleicht noch wenn Zombies kommen denkst du sie nerven dich nicht hm doch aber ich denke mal die wären wesentlich einfacher so treffen mit irgendwas als in Daisy ha ha he he wär ja schon irgendwie wär ja schon irgendwie ne coole Parodie wär wär ja schon irgendwie ne coole Parodie wär wär denn die Zombies so bucky wär mir hier he ja schon irgendwie witzig he auf der anderen Seite auch wieder nicht da ist nur lol lol das liegt in euer Van fuck mit ähm ok das ist mein Ernst präger das ist mein Ernst das ist mein Ernst Da ist ein... Da ist... Da ist ein... Ich weiß nicht was das ist, Alter. Ich bin grad geflasht. Das Auto hab ich noch nie gesehen. Da ist ein Heli! Haha, hey, schnupf! Alter, ich hab hier ja wirklich alles. Okay. Aber ich... Ach so, ich kann ja mit dem Heli gar nicht fliegen. Du kannst nicht, oder? Du... Bist du schlecht dafür? Ähm, ich kann nicht, weil ich meine Maus... Mein Numbpad, glaube ich, angeschlossen hab. Hm. Ich könnte es gleich nur mal versuchen, ob ich's mit dem Controller machen kann. Auch erstmal schauen, ob der... Genug, genügend Fuel hat und alles. Und schweiß. Vielleicht startet der ja auch in Wirklichkeit gar nicht. Der wird doch gar nicht starten. Geh ich lieber in den Baracken. Mich wär aber mal rum. Alter, ich hab hier wirklich alles. Ich brauch hier wirklich nur ne verdammte Toolbox. Ist ja wirklich so. Ich richte mir hier ein Lager ein. Breaker. Na, Zombie, wie geht's dir so? Guten Morgen. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich hab hier gerade. Ich hab einen Revolver mit vier Munitionsdingern gefunden. Ich find hier nur Granaten. Und warte, was hab ich da gefunden? Anti-Piutica-Breaker. Jetzt musst du zu mir kommen. Wer hätte ich ganz nett mit Anti-Piutica versorgt, hä? Ja, das war ne Session, Alter. Oh, ja. Bin infiziert! Bin infiziert! Ja, okay. Aber vor allem, du warst nicht EINMAL infiziert, ne? War da aber auch nicht mal geflagen. Die waren ja so witzig, Alter. Was ich wirklich sagen? Was ich wirklich sagen? Was lustig ist? Das ist, glaub, ne CCOSD. Alter, was ist das denn? Ey, da ist ein Sniper! Ne Tarn-Sniper! Da ist wirklich ein Roll. Was ist das? Was ist das? Ein LS-Backpack? Feine Herr. Der Frager denkt sich, fuck! Hier ist ne L-8-6-A-2, die, ähm, Nacht-Visier automatisch hat. Ne, die hat zwei Dings-Visier, die hat... Die hat irgendein Visier. Ich glaub, ich nehm hier die Sniper mit. Die Sniper sieht interessant aus. Kann ich sagen. Ich hoffe, in dieser Tankstelle gibt es jetzt einen Reifen. Ja, genau, ey. Was ist denn? Wisst du, ich krieche schon an dem Zombie vorbei. Der sieht mich einfach trotzdem. Cool, oder? Und jetzt sehen mich auf einmal alle Zombies hier in dieser ganzen Stadt. Und ich hab ne Sniper-Barcel. Hör'n Heli. Ich seh'n Heli. Und der Heli transportiert irgendwas. Der hat irgendwas mit nem Seil an sich dranhängen. LOL! Was denn? Der Heli transportiert ein Auto. An dem Heli hängt ne Auto dran. Bitte? Was denn? Ähm... Alter, wenn du siehst, was ich grad für nen Sniper-Waifel hab. Das ist wirklich so. Ich hab nen Sniper-Waifel vorne mit Tarn-Einzug dran. Ey, ich bin aber wirklich an der Überlegung, ob ich mir die Waffe hermitnehme. Weil die Waffe hat ähm... Halt, witz wie Munition. Weißt du? Hm... Ich brauch nur ein Gewehr. Ach komm, ich nehm dies. Wie war für mit... Ach, vielleicht findet man ja noch irgendwas. Ich bin jetzt mal optimistisch. Weißt du was, die zweite Baracke... Äh, die zweite Baracke, wo ich was gefunden hab. Was gut ist. Mann, ich find hier lauter Windschutzscheiben. Aber keine einzige... Einen einzigen Reifen. Ich hab nen Reifen. Gut find ich. Und ich hab hier ne G17. Die besser als die im neuen Flisskamm. Und ich hab hier noch ein glücklicher Spieler, oder? Ich hab hier alles was ich will. Supermarkt, Vili... Ganz viele Autos und Reifen. Ey, wieviel Schüsse legt der Zaun bitte denn aus? Ich hab hier die ganze Zeit M... M5-Minil... Äh, Silence-Munition. Schon geil, irgendwie. Ich brauch nochmal ganz was zu. Ich probier jetzt mal was. Hoffe ja, ich bin hier alleine auf dieser Insel. Ich probier jetzt mal vorziehen, wo man den Sniper ist. Da ist der Heli-Feater. Immer noch mit seinem Auto unten dran. Ja, ich hab's gut gekriegt.